Olga hat seit letzter Nacht wehen. Langsam. Der Arzt hat einen Kaiserschnitt empfohlen, weil der Kopf des Babys zu groß ist. Auf natürlichem Weg wird es schwer. Also Operation? Ganz klar. Ich habe Schiss, weil ich nicht durchblicke. Die Ärzte sprechen Russisch und ich verstehe kein Wort. Ich wünschte, wir wären in Amerika. Bereit? Los geht's. Ich bin aufgeregt. Ich möchte gerade nicht mit dir tauschen. Du zitterst am ganzen Körper. Es ist tatsächlich ein Junge. Schauen Sie, ein Prachtkerl. Oh, mein Gott. Er ist da. Als ich den Kleinen sah, dachte ich, wow, ich bin Mama. Ich bin so glücklich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wie heißt der Kleine? Richard? Richie. Ich wollte meinen ersten Sohn nach meinem Dad benennen. Olga war einverstanden, deshalb heißt er Richie. 11.55 Uhr. Er hat volle Wangen und Lippen. So süß. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich da ist. Er ist wirklich. 4,1 Kilo. Wie viel ist das in Pfund? Ich bin sehr müde. Das Glück, das ich gerade empfinde, ist einfach unbeschreiblich. Das muss man einfach selbst erleben. Als Steven den Kleinen im Arm hielt, wurde er sichtbar erwachsen. Er ist jetzt Vater. Wir kennen uns nicht gut, weil wir nur einen Monat lang zusammen waren. Und jetzt haben wir ein Baby. Schon verrückt. Wir müssen jetzt gleichzeitig lernen, ein Paar und Eltern zu sein. Und sobald Olgas Verlobten-Visum bewilligt wird, werde ich den beiden ein besseres Leben in Amerika bieten. Ich bin überglücklich. Olga hat vor ein paar Tagen unseren Sohn Richie zur Welt gebracht. Ich hoffe, dass sie heute aus dem Krankenhaus entlassen wird. Ich durfte nie länger als eine Stunde bei den beiden sein. Das hat echt genervt. Ich bin extra nach Russland geflogen, aber die hiesigen Vorschriften kommen uns ständig in die Quere. Deshalb will ich sie unbedingt nach Hause holen. Als nächstes braucht mein Sohn die amerikanische Staatsbürgerschaft und Olga ihr Visum. Dann fliegen wir alle zusammen in die USA. Wir sind in Amerika als Familie. Gibt's was Neues? Geht's dir gut? Ja, und ihm auch. Dürft ihr nach Hause? Ja. Entschuldige. Vorsichtig. Steven vergisst, dass ich operiert wurde und noch Schmerzen habe. Nicht ständig anfassen. Lass mich. Ich habe den Kleinen in den letzten Tagen kaum gesehen. Deshalb verletzt es mich, wenn ich ihn jetzt nicht berühren soll. Er ist auch mein Sohn. Entspann dich. Wenn du auf mich hörst. Nein, Logan. Manchmal. Ich will Steven nicht kränken, sondern nur das Baby vor Keimen schützen. Pack doch schon mal. Schuhe weg. Das passt. Lass ihn und zieh dich an. Er trinkt. Nein, zieh dich an. Komm schon, mach. Wir wollen nach Hause. Mich nervt, dass Olga so rumtrödelt. Ich habe lange darauf gewartet, die beiden nach Hause zu holen. Wenn wir nicht mehr im Krankenhaus sein müssen, will ich schnellstmöglich weg. Er muss Bäuerchen machen. Das kann ich übernehmen. Das kann ich übernehmen. Zieh du dich um. Jetzt. Bleib ruhig. Bitte. Steven muss kapieren, dass ich mich noch von der Operation erhole. Er muss geduldiger sein. Hände waschen. Habe ich schon. Wann? Beim Reinkommen. Und dann? Was? Hast du die Schuhe angefasst? Ist das so schwer? Kannst du mal nett sein? Sag wenigstens bitte. Es bringt mich auf die Palme, wenn Olga mich kritisiert. Dann beiß ich zurück. In meiner Familie wurde ständig rumgebrüllt. Jetzt, wo ich selbst Vater bin, lasse ich nicht mehr so mit mir umspringen. Ich werde es besser machen und keine unglückliche Ehe eingehen. So redest du nicht mit mir. Eineinhalb Monate reichen nicht, um jemanden wirklich kennenzulernen. Aber so gehe ich nicht mit ihm nach Amerika. Er tut so, als sei ich die Böse. Dabei ist er der Arsch. Er hat Hunger. 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 Er hat Hunger.